Best for Soil – Biofumigation. Praktische Information, Vor- und Nachteile. Hallo, ich bin Vincent und forsche so seit über 15 Jahren auf dem Gebiet der Biofumigation. In diesen Best for Soil-Videos findet ihr jede Menge Informationen zu dieser natürlichen Methode zur Bekämpfung bodenwürtiger Krankheiten und Schädlinge. Was ist Biofumigation? Biofumigation ist die Verwendung spezifischer Gründüngungspflanzen, die Chemikalien enthalten, die nach der Einbringung in den Boden in giftige Gase umgewandelt werden. Diese Gase können bei Bekämpfung bodenbedingter Krankheiten nützlich sein. Tatsächlich sind Brassika-Arten, insbesondere Senf- sowie Hirse-Arten, die wichtigsten Gründüngungspflanzen, die für die Biofumigation verwendet werden. Senf enthält Glucosinolate, die in eine aktivere Gruppe von Chemikalien umgewandelt werden, die Isothiocyanate genannt werden. Diese Gruppe gibt Senf seinen starken, unverwechselbaren Geschmack. Hirse-Arten enthalten Durin, eine Substanz, die in Cyanwasserstoff umgewandelt wird. Diese giftige Substanz wird auch Blausäure genannt. Für beide Gruppen von Pflanzenarten gibt es große Unterschiede in den Sorten hinsichtlich des Gehalts an toxischen Substanzen. Die Forschung zur Biofumigation war eine Reaktion auf das Auslaufen von Methylbromid, einem weit verbreiteten chemischen Begasungsmittel. Die Forschungsaktivitäten begannen größtenteils in den 90er Jahren. Damit die Biofumigation funktioniert, müssen Sorten mit einer hohen Biomasseproduktion und einem hohen Gehalt an spezifischen Substanzen verwendet werden. Beim Anbau von Brassikas mit hohem Glucosinolatgehalt muss die Kultur mit zusätzlichem Schwefel gedüngt werden, da Glucosinolatverbindungen viel Schwefel enthalten. Es ist auch wichtig, die Kulturpflanzen im richtigen Stadium der Pflanzenentwicklung einzuarbeiten, unmittelbar vor der Blüte bei Hirse oder während der Blüte bei Senf. Pflanzen müssen fein gehackt oder noch besser gemulcht werden, um eine schnelle Freisetzung von Biozidverbindungen in den Boden zu erhalten. Bewässerung ist besonders wichtig, wenn der Boden trocken ist, da dies die Freisetzung der giftigen Verbindungen beschleunigt und auch deren Verteilung im Boden verbessert. Wenn keine Bewässerung möglich ist, sollte die Einbringung nicht erfolgen, wenn der Boden zu trocken ist. Obwohl die Biofumigation auf der Erzeugung toxischer Substanzen basiert, ist sie eine natürliche Methode. Es gibt keine Berichte über negative Auswirkungen dieser Methode auf Nutzorganismen, weshalb die Methode weithin akzeptiert und auch von Biobauern übernommen wird. Die Wirkung von Biofumigant-Pflanzen ist nicht spezifisch. Isotiozyanate und Cyanwasserstoff befallen prinzipiell eine Vielzahl bodenbürtiger Krankheiten gleichzeitig. Neben der Freisetzung giftiger Gase haben Biofumigationspflanzen die gleiche Wirkung wie herkömmliche Gründüngungspflanzen und regen die allgemeine mikrobielle Aktivität des Bodens an. Dies führt zu einer Reduzierung der Belastungen durch Krankheiten im Boden. Weitere Informationen finden Sie in den Gründüngungs-Videos. Gemüsebauern mögen Gründüngung mit Biofumigation, weil sie schneller wächst als herkömmliche Gründüngungskulturen. Die Gründüngung hat auch Vorteile, die über die Bekämpfung von Bodenkrankheiten hinausgehen. Sie verbessert die Bodenstruktur, verringert die Erosion, gibt dem Boden Nährstoffe, verbessert die Wasserinfiltration und verringert die Nitratverluste. Nach mehr als 20 Jahren Biofumigationsforschung ist diese Methode immer noch nicht weit verbreitet. Dies könnte auf die relative Komplexität des Verfahrens im Vergleich zu chemischen Begasungsmitteln zurückzuführen sein. Auch die belegte Wirksamkeit scheint geringer zu sein als die von chemischen Produkten. Die Menge an toxischen Substanzen, die durch die Einbringung frischer Pflanzen erzeugt wird, kann zu gering sein, um Krankheitserreger abzutöten, die dickwandige Organe haben, die sie vor den freigesetzten Gasen schützen. Ein Nachteil dieser Methode ist innerhalb einer landwirtschaftlichen Rotation die Freisetzung von Stickstoff während des Einarbeitungsprozesses. Insbesondere bei wärmeren Temperaturen können nur wenige Fruchtfolgen eine Biofumigation erfolgreich mit einer anderen Kultur kombinieren, die in der Lage ist, den zusätzlichen Stickstoff zu nutzen. Höhere Mengen toxischer Substanzen entstehen durch Folgeprodukte aus Biofumigationspflanzen wie entfettetem Samenschrot. Solche Produkte sind in einigen Ländern im Handel erhältlich, sind aber relativ teuer und stehen im Wettbewerb zu chemischen Produkten. Gründüngung hat auch die allgemeinen Nachteile, die mit jeder Gründüngung verbunden sind. Biofumigationspflanzen können aber auch Wirtspflanzen von bodenübertragenen Krankheitserregern oder Nematoden sein, die auch die in der Fruchtfolge angebauten Hauptkulturen infizieren. In solchen Fällen können sie die Belastung durch bodenbürtige Krankheiten erhöhen, anstatt sie zu verringern. In den Best-for-Soil-Datenbanken findet man auch mehrere Pflanzenarten zur Biofumigation. Auf diese Weise können sie sie in die Planung der Fruchtfolge mit einbeziehen. In den Best-for-Soil-Datenbanken